Hi Leute, Willkommen bei MovieMakers01.1 Ich spring heute als fill-in für den Film von 104 ein. Der kann heute nicht. Und heute gibt es eine Review zu Richard Carlson, Der Schrecken vom Amazonas. Beziehungsweise ich kannte diesen Film bis jetzt eigentlich nur als Das Monster aus der Schwarzen Lagune, aber der Titel steht interessanterweise nicht mal in der UFDB. Ist in der Universal Classics Reihe rausgekommen. Natürlich mit Wendecover. Ja, deutscher und englischer Ton. Ländercode 2 und 4. Also wenn irgendwer einen Region 4 Player hat, kann er damit abspielen. Kann er da drauf abspielen, so rum. Äh, ja. Ja, der Film ist von 1954, meine ich. Äh, ja, 1954. Uh, was für ein Gedächtnis. Und in dem Film geht es halt darum, dass ein paar Forscher eine skelettierte Hand, also, nein, nein, nicht skelettiert. Auf jeden Fall ein Fossil von einer Hand finden, die eben Schwimmflossen hat. Und, ja, sieht aus wie der Übergang vom Fisch zum Menschen. Da finden sie halt Amo Amazonas. Äh, schicken sie dann vor, äh, kommen dann mit mehr Leuten wieder. Wollen halt suchen nach die, nach anderen Teilen dieses Skeletts. Ja, dann kommen, finden, äh, dann vermuten sie, dass, äh, dieses Stück Erde, wo sie das Fossil drin gefunden haben, ähm, flussabwärts getrieben wurde. Wo irgendwie, irgendwann mal, vor was weiß ich nicht, wie vielen tausend Jahren, auf jeden Fall fahren sie dann den Fluss hoch zur Schwarzen Lagune, wie sie von den Anwohnern genannt wird. Wird so genannt, weil, weil von da niemand je ihr Leben zurückgekehrt ist. Also, ja, hat keiner überlebt, da hinzukommen. Und, ja, kommen sie da an und finden halt ihn hier. Beziehungsweise erstmal finden sie ihn nicht. Ist natürlich klar, die suchen. Er spaziert schon mal auf ihrem Schiff rum, während sie ihn suchen. Ja, was heißt spaziert auf dem Schiff rum? Also, man sieht schon, er verfolgt die. Dann nachher, äh, vergift, äh, wollen sie... Na, nachher haben sie ihn gesehen. Und dann wollen sie ihn halt fangen. Beziehungsweise einer will ihn töten, einer will ihn fangen. Sind, glaub ich, mit vier oder fünf Leuten da. Und, ja. Dann... Wollen sie ihn halt fangen, indem sie die... Also, der Kapitän vom Schiff, mit dem sie auf dem Amazonas rumtuckern, hat so ein komisches Gift für Fische dabei, dass die Kiemenatmung lähmt. Und damit wollen sie ihn halt aus dem Wasser holen. Es funktioniert allerdings nicht. Er wird damit nur abgewehrt. Und, ja. Dann, auf einmal kriegen sie panische Angst vor dem. Weil sie können ihn halt scheinbar nicht besiegen. Und wollen dann aus der Lagune fliegen. Wurde dann natürlich versperrt, der Ausgang der Lagune. Und, ja. Dann merkt man während des Films auch, dass eben dieses Monster aus der Lagune sich in, äh, eine Frau verliebt hat, die sie auch dabei haben. Und, ja. Und, ja. Er will sie halt immer wieder entführen. Wird immer wieder abgewehrt. Und, ja. Entkommen sie aus der Lagune. Man weiß es nicht. Das ist halt die Story. Ja. Großartig. Ja, der Film wird wahrscheinlich, ja, einigen nicht gefallen, weil er schwarz-weiß ist. Haben wir manchen Vorurteil gegen. Aber, ich finde die ganzen alten Filme echt gut, echt klasse. Der Film hat auch super Stimmung. Filmmusik ist, ja, recht actionreich. Und, ja. Kostüme sind gut. Die Besetzung ist gut. Ich würde mal sagen, der Film kriegt 9 von 10 Punkten. Ist ja auch ein Klassiker. Nicht umsonst Klassiker geworden. Sollte ich ihn auf jeden Fall mal gesehen haben. Das erste Mal habe ich ihn, glaube ich, im TV gesehen. Ja. Insofern, ich gucke mal, ob ich noch einen Trailer finde. Wenn ja, hänge ich ihn an. Wenn nicht, dann nicht. Der Film ist FSK 12. Hier seht ihr auch nicht. Aber ist ein Wende-Color. Ja. Insofern, man sieht sich, man hört sich, wie auch immer, euer Herzog Argon. Der Film. 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 Das ist die beste Unterwahrer-Photografe, die das Schreie hat ever gewusst. In this Strangers-Of-All-Science-Fiction-Adventure. Four men dead so far. Wir stehen bis wir, oder bis jemand anderes getötet wird. Das ist die beste Unterwahrung.